Hallihallo, hallöchen, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu Battleborn. Ja, wieder mit am Start ist der Smirk und der Snorks von Zweikampfschwaffe. Und ich freue mich so, dass du weißt, welches Spiel wir spielen, weil der gute Smirk ist ja immer so ein bisschen so, dass er denkt, wir spielen Borderlands. Es hat von einer Optik gewisse Ähnlichkeiten, aber... Ich sag ganz ehrlich, ich streng mich an, dass ich das richtig ausspreche, weil ich fall auch immer in das Borderlands. Aber Battleborn ist halt tatsächlich nur einzelne Episoden, die man auch immer so von Episode zu Episode durchspielt. Wir sind in der Mitte der dritten Episode und müssen da raus. Ich fall nämlich auch immer ganz schnell in dieses... Borderlands rein. Inaktive Schergen. Habe ich auf der Arbeit nur. Inaktive Schergen. Ach, das sind... Achso. Botze, verkennt die du uns, ja. Die irritieren jetzt aber ganz schön, muss ich sagen. Ja, das sieht ein bisschen doof aus jetzt, ja. Jetzt habe ich schon wieder unbewusst gequatscht. Richtig. Ihr redet immer, wenn die Story-Mission weiter vorhanden getrieben wird. Immer. Aber es tut mir leid, liebe Zuschauer, das scheint dazu zu gehören bei uns hier. Ich kriege es nicht hin. Normalerweise bin ich da auch so strikst dagegen. Ja, ja, ja. Ja, ja, normalerweise bin ich ja gar nicht so... Hast du bei uns den Let's Plays? Da bin ich immer der Mega-Sack, der aber sagt, halt, nimm mal die Klappe jetzt. Kannst mal sehen, einmal bist du... Ich habe ihn runtergeworfen. Nein. Entschuldigung. Ist das geil? Ich habe ihn runtergeworfen. Das findest du geil? Ja. Ich glaube, wir definieren geil unterschiedlich. Ach, das ist ein Gegner, oder? Äh, äh. Gut denn. Oh, oh, Tor auf. Äh, böse. Äh, 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 äh. Stufe zählen. Äh, äh, äh. Bewegungstempo oder Schaden? Schaden. Schaden. Kämpf ruhig mit. Macht nix. Boah, geil. Meine Klinge sieht jetzt richtig cool aus. Fiss nix. Aua. Verschiegt noch mich, da? Au, wer hat mich da angewimst? Irgendwas war das, ja. Man sitzt auch schon weg, ne? Ja, natürlich. Ach, von der Seite. Ah. Turrets. Opa. Schalz, da hat er. Hast du ja. Ah, jetzt wird es ein komisches, äh, äh, Portal. Ja, ja. Genau, und an Turret habe ich gerade weg. Wir sind jetzt auf der Linken, auf der rechten Seite. Wir sind rechts, du bist links. Heiler, 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 heiler. Du bist auf, komm hierher. Ich komme, ich komme, ich komme. Ich komme mir mal entgegen. Das ist nett. Ich komme mir gleich entgegen. Ach, du Däumen, kommen sie schon. Warum sind wir eigentlich nicht in die Mitte gegangen, sag mal? Aua, irgendwas schießt auf mich. Ja, ihr, meine. Achso, ich bin fertig, warte. Warum dauert das so lange? Ich bin durch der Snogs als Heiler. England. Das ist ein Rückfall. Sir, ich bin erhaben. Ja, heiler. Ich habe ihn mal eben auf den Boden gelegt, das ging. Hui. Hä, wo denn? Wenn du da jetzt aussuchst, kann ich ja nicht heilen. Hurra. Du bist auf der ganz anderen Seite, Onkel? Nö, ich bin bei euch. Ich bin auf eurer Seite. Ich bin so groß. Ach, da unten. Ah ja, okay. Ich dachte gerade wieder, ich habe so eine Perspektive. Das bleibt mir eben stehen, Zmück. Wenn da einer vor mir steht, ich sehe den kaum. Also das ist so hoch. Das ist so krass. Oh, Gegners. Yay. Da ist ein Totenschädel. Warum eigentlich? Kann man durch Fensterchen? Hm, ich kann durch Scheibe schießen. Scheiße, die Scheiße kann ich nicht schießen. Kannst Scheiße nicht schießen? Nee. Das wäre ja auch ekelhaft. Das ist doch. Hier, da müssen wir rein in die Mitte. Warum seid ihr vorbeigelatscht? Weil wir erstmal die Gegner außen platt machen, weil die sonst garantiert uns auch noch nerven. Oh, eine Taktik und so. Da kannst du zum Beispiel so einen Turret hier außen bauen, wenn du Geld hättest. Habe ich zwar nicht, aber... Tourette. Mein Tourette. Mein Tourette heißt das. Wer Geld hat, kann Turrets bauen, ja. Das schießt dann auch scharf. Geht. Ach, goll. Tourette schießt. Ja, Riesen-Macker. Da braucht jemand Heilung, glaube ich. Ein Riesen-Macker. Ja, ist aber schon... Naja, ist auch definitiv nicht größer als Tourette. Naja, 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 naja. Oh, der ist schon bei mir. Wie bist du da hochgekommen? Kannst hier hochspringen. Hier ist so ein kleines Trampolin. Hier, wo ich bin. Muss ich rumdrehen, dann siehst du es. Ja, hier sind überall so Trampolins. Ach, wenn man in die Mitte reinläuft, dann kommst du... Also, okay, wenn man hier rausgeht, was kommt hier? Tja. Ist doch wieder Welle, oder? Ja, sicherlich. Bauen wir erstmal die Tourettes auf. Wer noch Geld hat, sollte einen Tourette nehmen. Tourette hat Geld. Ähm, ich sehe gar keinen mehr. So, Mädels, geht los. Weil in der Mitte bei mir so ein Kreisel da sich langsam aufbaut. Und du bist wieder woanders am Looten, ne? Ist klar. Oh, da oben haben wir einen Tourette vergessen. Geschütz. Ich nenne es jetzt Geschütz. Kehrt nicht mit leeren Händen zurück. Was heißt das? Ich weiß es nicht. Warum komm ich da nicht rauf? Ich kann nicht mal hüpfen. Och Mann. Es ist wie eine Welle für Welle. Ja, man weiß. Da kommt der Gesockungsartiger. Da kommt der Gesockungsartiger. Da kommt der Gesockungsartiger. Da kommt der Gesockungsartiger. Achtung. Wie enttäuschend. Ey, das wird noch ein Moin. Sind doch schon alle tot, bevor sie überhaupt ankommen. Ne. Die sind alle tot, bevor ich überhaupt dort hinkomme. Ja, weil ich geschossen habe. Die fallen alle um. Ich renne da extra hin. Alle fallen so um. Blub, blub. Ich habe doch gesagt, die sind doch schon tot, bevor die durch die Tür kommen. Keiner hört hier auf mich. Die Minigun streut zwar, aber ich kriege sie trotzdem gut weg. Also... Aha, das habe ich mal ein bisschen. Jaja, weil du schon da standst. Der wird dann richtig gut, der Schwertkämpfer. Der Schwertkämpfer wird richtig gut dann mit der Zeit. Oh, oh, Fenster über uns. Sie kommen durch die Fenster rein. Wo sind die Fenster über uns? Was nennt man Fenster? Ah. Die Fenster putzern, da oben. Ne. Doch, doch, da sind sie. Sie haben doch die Fenster noch nicht. Jetzt haben sie die Fenster weg. Ah, ja. Die Fenster müssen gut gemacht werden. Jetzt sind mal. Guten Tag, bin wieder da. Ja, weil ich habe mich auf dich gehauen. Auf dein A-A. Wo, A-A. A-A. Was für ein dicker... Was? Was? Hier ist noch ein Gegner. Einer? Sag mal, bist du im selben Spiel? Ja, sehr gut. Guck mal hier links hin. Pilz. Oh, danke schön. Mädel. Dass du immer nur an die Drogen denkst, während wir hier kämpfen. Oh, wer war das? Bin ich gerade gezackt worden? Ach der, ja. Unter mir ist wieder einer. Das ist so geil. Ich muss noch weiter nach unten gucken mit meinem Charakter. Das ist so geil. Ja, direkt neben dir war noch einer, weil ich bin regebumst. Boah. Regebumst. Ich bin hier auch voll in Aktion. Ich bin hier auch voll in Aktion. Was machst du auch, wenn du abends irgendwie in die Kneipe gehst? Du suchst jemanden zum Vollwegbumsen oder was? So als Gegner meine ich. Ich glaube, das ist erst bei jedem falsch angekommen. Das ist ein Deckbumsen hier. Mein Pilz ist kaputt. Mann. Drecksack. Der Pilz ist wieder da. Wunderbar. Wir kriegen mal einen Pilz. Und. Was ist das jetzt? Welle, Start und jetzt steigen. Da. Juhu. Aus dem Fenster. Genau. Nee, aus dem Fenster nicht. Aus dem. Ja, ja. Kriegen wir aber hin. Gar nicht, wenn sie wegtreten kann das sein. Ich habe die ultimative Waffe gefunden. Wegtreten oder was? Ja, wegtreten. Ja, wegtreten. Ich habe doch ein Schild bekommen. Ich habe kein Schild. Boah. Ich habe kein Schild. Also hier oben ist eine richtige Meute. Ja, ich lasse euch das mal machen. Aber ich halte mein Gott. Ja, ein Kerl. Ist das gut, oder? Ja. Ja, geht langsam ab. Nee, komm jetzt zurück. Zurück, zurück, zurück. Ich komme nicht zurück. Ich bin umkreisig von. Nee, ich komme nicht durch zu dir. Ich komme, ich komme. Ich bin da. Guten Tag. So, sie kommt von oben. Die kommt von überall. Ja, das, wo hier gerade stehen, ist auch richtig heavy. Ich weiß nicht, was ich mache, aber ich versuche. Oh, fuck. Oh, fuck. Du bist so ein Zingelt. Äh, Doktor, Doktor, Onkel. Das ist, äh, nice. Warte mal, hinter dir ist auch einer. Ja. Ich glaube, es ist das. Jetzt kommt ja die zweite, super. Das ist ja ein Wechsel, ey. Hallo, halb frei wieder an. Komm, Dreieck. Zack, zack, zack. Das geht um ein bisschen. Ey, das ist cool, wenn du das machst. Das ist ja alles weg, was du da will. Das ist ja brutal. Was macht eigentlich das Snogs? Boah, Alter, was ist denn das? Ich rette den Kern. Snogs, sein Bruder, ist ja. Vor den Dicken, die hier kommen. Snogs, der Bruder, ist da? Ja, auch so einer mit einem Minigun, so ein Riese. Muss ich euch erst mal helfen, ne? Snogs, Bruder, böser Bruder. Ich dachte immer, Snogs wäre böser. So, ich hab ihn gleich weg. Ja, mein Gott, halt immer eines Besseren belehrtet. Äh, wo ist denn der Heiler, Mann? Ich seh grad nix. Ähm, ich seh auch gar nix. Es ist voller Gegner. Ich komm hier nicht mehr weg. So, ich hab meinen Bruder erledigt. Ich habe meinen Bruder getötet. Vielleicht war's ja auch dein Vater. Dein Vater. Oh, wer braucht Heilung? Wer muss er? Wo ist derjenige, der Heilung braucht? Nee, ich brauch keiner mehr. Schon gut. Oh, er ist selbst eingesammelt, ne? Mhm. Ich musste. Ja, war auch das Gefühl, dass der Heiler, das über, ähm, überfällig ist hier. Überfällig? Was heißt das? Überfällig? Ne, das schimmelt schon. Der schimmelt. Ich hör doch sagen, du bist überfällig. Das stimmt vielleicht. Das hat ja nichts zu tun, meine ich damit. Aber irgendwie, ich holz auch manchmal drauf und so, aber ihr haltet euch nämlich alle gut selber, ne? Nö, das ist schon gut. Bis jetzt hast du mir ordentlich geholfen, manchmal. Manchmal. Vielleicht. Am und zu. Auch nicht. Oh, es kommt doch ne Welle, ey. Leck mich doch am Arsch. Boah, wenn der frisch gewaschen wäre, aber so. Was sind das, Helgen? Äh, Snorks, wir haben ne Ecke, wo du dich drauf aufpasst. Da hinten. So. Boah. Genau. Wo ist er, der Heiler? In der Luft krepiert. Geil. Ja, ich bin wieder voll. Ziele. Der ist ein Pils. Der ist ein Pils. Andere stehen auf, Pilze, du stehst im Pils. Das ist halt, der haut auf den Pils. Ich hab ihn gerettet, ich hab den Pils gerettet. Oh, das ist super. Der Pils. Rettet die Drogen. Äh, mach mal Jungs hier. Kann das sein, dass das heftige Wellen gerade sind? Nö, ist denn schon Auerer? 3, 2, 1, jetzt das Dreieck. Ja, Special. 3, 2, 1, jetzt das Dreieck. Das ist das Dreieck. Ach so, das ist der Heiler. Hilfe, ich helfe euch mal, das geht dann schneller. Boah, hier ist was los. Aber richtig cool. Was denn? Ist das total wenig da? Ich komme noch mehr. Ist das total wenig. 3, 2, 1 und jetzt Dreieck. Ist geil, wenn er öffnet sich. Oh, oh, wir haben in der Mitte, in der Mitte, ganz dicke, ganz dicke. Oh, ich habe doch hier noch zu tun. Oh, ich komme zurück. Oh, der Kern ist gleich weg. Warte, ich drehe mich, ich drehe mich, ich drehe mich. Da war ich ja ein Mega-Gegner. Kann man den auch wieder heilen? Ja, einer. Jetzt weg, der Kern ist weg. Oh, Scheiße, Miss Junge. Also nicht rauslaufen, Jungs, beim Kernbleiben. Okay, wir müssen beim Kernbleiben, ja. So wird das nix. Das ist jetzt, wir müssen richtig kaputt, die Mission, ne? Wir müssen noch komplett nochmal neu anfangen. Alter Schwede. Ich habe davon gelesen. Ja, richtig gescheitert, glaube ich. Ja, richtig. Ja gut, dann halten wir jetzt mal eben unser Schild hier hoch und fangen dann wieder von vorne an. Mann, Mann, das ist ja... Oh, Scheiße. Ach, geil, das glaube ich, Mann. Also, soll ich jetzt den Heiler nochmal nehmen und anderen Charakter, was meinst du? Das ist mir völlig egal. Hauptsache, ihr rennt dich wieder raus beim nächsten Mal. Komm, es ist doch am Anfang gut gelaufen und hattest doch nichts dagegen gehabt. Ja, aber du siehst, wie es geändert ist und wenn du dir nämlich das zur Gewohnheit machst, einfach nur rauszulaufen, weil es am Anfang gut geht, dann ist das leider als Gewohnheit auch so, dass du rausläufst. Nein, bleib drin. Gut, ja, das war die fehlgeschlagene Mission. I'm a loser, baby. Dritte Episode auch erst. Oh mein Gott, es kann noch böse werden. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Onkel. Und wir machen das nochmal. Tschüss. Tschüss.